Hallo und willkommen bei den HowToBuddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf dem Motorola Edge 40 Neo App Updates vornehmen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall hin und wieder nach App Updates zu schauen und diese immer auf dem neuesten Stand zu halten, um eben entweder Sicherheitslücken zu schließen oder weil eben Verbesserungen der App vorgenommen wurden. Dazu gehen wir in den Play Store und dann hier rechts oben auf unser Profil-Icon. Im Anschluss drücken wir auf Apps und Geräte verwalten und dann können wir hier auf Details ansehen klicken. Hier haben wir dann alle Apps, die ein Update verfügbar hätten und können hier auf dem kleinen Pfeil auch schauen, welche Verbesserungen jeweils vorgenommen wurden. Nun können wir hier auswählen, welche App wir aktualisieren möchten und das machen wir am besten mit einer stabilen WLAN-Verbindung und dann werden die Apps auch schon aktualisiert. So haltet ihr eure Apps immer auf dem neuesten Stand und das war es auch schon zum Thema App Updates auf dem Motorola Edge 40 Neo. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!